hallo und herzlich willkommen frisch zum release von new world manche haben darauf jetzt jahre gewartet angekündigt wurde new world ursprünglich im oktober 2016 sind gut fünf jahre zwischen ankündigung und release hype ist natürlich jetzt umso größer wir können mal gespannt sein wie gut die server jetzt auch zu release laufen werden schauen wir mal ja und auch in der echten welt ist am wochenende viel passiert wir haben gewählt die wahl beteiligung an sich ist diesmal sogar deutlich höher als beim letzten mal 76,6 prozent habe ich mir heute morgen gehört das ist schon eine gute richtung damit sind wir wieder fast bei dem niveau von 2005 als angela merkel ihre erste bundestagswahl für sich entschied jetzt sind 16 jahre vergangen seitdem das interesse an der politik ist wieder stärker geworden ist wieder da und mit den wahl ergebnissen haben wir auch ein signal gesetzt nun wird sich entscheiden und abzeichnen in welche richtung die koalitionsverhandlungen gehen werden eines können wir aber schon mal sagen die wahrscheinlichkeit dass die union wieder den kanzler stellt ist relativ gering an dieser stelle muss man ganz deutlich sagen die union hat das schlechteste wahl ergebnis seit der gründung der bundesrepublik 49 eingefahren jetzt einfach so weitermachen wie bisher wäre an betracht dessen unvernünftig die union muss sich neu strukturieren die inhalte gezielt schärfen und input bei den menschen sammeln denn letztendlich sollte der mensch im mittelpunkt stehen vielleicht noch kurz zu meiner person ich bin der lucas bin kreisgeschäftsführer der jungen union was das thema natürlich auch gleich noch mal spannender macht ja more side facts gibt es auch in der kanalinfo und in dieser session möchte ich auf das letzte video video von vor zehn tagen eingehen das war sehr interessant ja und let's start würde ich sagen suchen wir uns meinen passenden server aus ganz hier hat sich schon ganz gut an da habe ich auch gleich schon freund drin als charakter erstellen okay also jetzt ganz hier da habe ich immer schon mal einen online kumpel das passt ja irgendwie gehen wir gleich mal drauf sind natürlich sehr sehr ist ein hoch besetzter server aber wir sehen auch wenn wir es mal vergleichen da sind die warteschlangen überall relativ krass ja lasst uns da einfach mal spaß haben ich bin mal gespannt wie es wird hier nochmal gleich die warnung man darf nur einen charakter haben die server sind scheinbar in welts jetzt aufgeteilt das passt für mich okay das ist interessant das heißt wenn ich freunde habe die auf servern sind im selben weltset dann kann ich auch mit den spielen das finde ich ja gut jetzt auch schön dass sie auch schon mal gleich die anzeige kommt ja freunde sind schon auf dem server das jetzt geht schon los so stellt man sich das mittelalter vor die geschichten die du gehört hast erzählen nicht die ganze wahrheit die insel ist in der tat ein legendärer ort hier liegt macht und noch reichtum verborgen aber die 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 vor dir gegangen sind sind einfach verschwunden man hat nie mehr von ihnen gehört ich habe den wahnsinn gesehen der über die mannschaft gekommen ist das war schlimmer als alles böse das die welt bisher gekannt hat ich überlebt habe weiß ich nicht der inhalt dieser kiste stammt nicht von dieser welt er wird dich zu deinem ziel führen wo auch immer das sein mag dann geh kapitän plane deinen kurs und dein schicksal ich werde für die seelen deiner mannschaft beten dahinten sieht man schon die neue welt da ist schon mal eine sehr gemütliche kajüte ob man da jetzt monate oder wochen lang verbringen will das ist da nochmal eine andere frage ah jetzt kann ich hier mal ein bisschen das aussehen gestalten das wird und schauen vom gesicht her also so ein bisschen männlich sollte er schon aussehen denke ich wissen muss ja auch zur szenerie passen das ist vielleicht zu alt aber ich finde es schon ganz gut was für eine auswahl hier ist vielleicht erstmal nochmal die frisur ich glaube das ist das wichtigste und dann ist auch die das gesicht auch nochmal mal nochmal besser schauen wie das gesicht dann dazu passt wir haben da echt eine gute auswahl das muss halt irgendwie auch in so ein new world setting reinpassen finde ich also das ist auch eine gute idee kann ich noch drehen dann charakter das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus so buschelig das hat irgendwie auch so ein abenteuer charakter den der stil finde ich mal schauen was für ein gesicht da am besten zu passt ja das finde ich schon gar nicht so schlecht hat schon was so dann gucken wir mal bisschen braun darf der sein auf so einer südseeinsel fast wieso haben wir schon gesichtsbehaarung ok haben wir auch ein paar varianten naja wenn wir dann wochenlang in so einem schiff sind so ein kleines bärtchen darf da schon sein das sieht auch eine kleine wucht hier ich finde das hat einen ganz guten stil hier nicht too much das ist dann schon wieder too much das oder das aber hier haben wir die seiten auch noch mit dazu das ist ja alles für auswahl haben ja dann nehmen wir den einfach den eigentlich ganz gut der ist auch gepflegt so augenfarbe ein bisschen hellere genau okay so das kann man auch er hat ja so schon ein paar eine ganz gute hautstruktur also das und ein paar fältchen hat er auch also passt schon ich glaube das kann man bestimmt auch später nochmal im nachhinein irgendwie passen das kann man auch passt erstmal mal gucken ob mein häufig genutzter nickname noch häufiger ist oh sehr gut okay interessant wir können aussehen auch nicht mehr später ändern das ist gut to know aber ich glaube das wird hier nochmal passen hm 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 oh hm 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 Was könnte das sein? Was könnte das sein? So, geht es jetzt noch weiter oder? Also da haben wir schon mal einen ersten kleinen Bug, das ist vielleicht auch normal für eine Release-Version, dass da nicht immer alles so fehlerlos ist, aber gleich am Anfang schon ein schwarzer Bildschirm läuft bei uns. Ah, okay, ich verstehe. Das heißt, jetzt sind wir hier in der Warteschlange. Entspannt, dass wir in der Zeit auch schon ein bisschen früher kommen können, aber jetzt sind wir vorbereitet. Wir müssen halt noch ein bisschen hier warten. Abbrechen will ich jetzt auf jeden Fall nicht. Das ist natürlich schon auch ein kleiner Fail, wenn man überlegt. Amazon, also das Unternehmen hier, was auch hinter dem Spiel steckt, das hat ja auch wirklich den größten Marktanteil im Cloud-Infrastructure-Bereich mit 32 Prozent. also noch weit vor Microsoft und da darf man natürlich als Kunde schon mal so ein paar Erwartungen haben, dass die das gut hinbekommen. Man überlegt ja auch, dieser Cloud-Markt, der wird 2028 680 Milliarden Euro schwer sein. Also das ist ein sehr, sehr großes Marktumfeld und auch sehr nachgefragt, das ist eine krasse Zahl. Da könnte man natürlich glatt auf die Idee kommen, dass Amazon Game Studios New World nur als Werbung für die eigenen Server produziert hat. Aber falls das so gewesen wäre, dann ist es jetzt keine sehr gute Werbung, muss man auch überlegen. Ich habe auf jeden Fall gelesen, dass die Entwickler jetzt auch schon geschrieben haben in Twitter, dass auf jeden Fall da nochmal die Server stabilisiert werden und die haben das auf jeden Fall im Fokus. Das ist das Gute. Ich denke, dadurch, dass es unser Release ist, ist ja auch sowas ganz normal. Ich meine, das erlerkt man auch bei anderen Games. Werde ich jetzt auch kurz pausieren das Video und einfach später dazu kommen, wenn wir dann noch weiter sind in der Warteschlag. Da sind wir schon wieder. Also als Small Recap, wir haben einen alten Kerl getroffen. Vielleicht war das auch der Imperator aus Star Wars. Wir wissen es nicht. Der hat uns unter der Hand einen Schatz gesteckt, welcher uns direkt zur schwierig erreichbaren Insel Aternum führt. Wie es aussieht, haben wir sogar das Schiffsunglück überlebt. Das da hinten ist bestimmt das Schiff. So, also nach anderthalb Stunden Wartezeit, indem ich einen leckeren Salat verputzen konnte immerhin, geht es jetzt weiter. So, also nach anderthalb Stunden Wartezeit mit X Waffe ziehen. Hier mit X Waffe ziehen. irgendwie habe ich jetzt aber ein bisschen angst du komm näher dein kapitän braucht dich hier stimmt etwas nicht ich fühle mich nicht gut dieser teufelssturm bei allen kreisen der hölle was ist das und wo ist meine kiste ich brauche meine kiste hast du sie du freudige landratte hier stimmt etwas nicht so nah dran jetzt wird es irgendwie klarer das heißt der den wir im trailer vorhin gesehen haben in dem intro das ist der hier der hier gerade liegt und er hat die kiste verloren ja alles nehmen immer die waffen hier mal rein so erst mal eine mahlzeit hier alles mit dem ausweichen das gefällt mir jetzt schon richtig gut sind echt schön schön Ah! Oh, da hat er mich selber getroffen. Interessant, die lösen sich dann immer in Luft auf, die Matrosen. Ohne Überreste, das hat das zu bedeuten. Aber keine schöne Begrüßung für auf dieser Insel. Nein, lass mich. Cool, ich kann hier Ausrüstung kaufen, interessant. Ah, okay, jetzt geht es da um so Fertigkeitspunkte zu verteilen auf entweder Schwert oder Schild. Ich werde ihn an Schildau aussuchen. Das probieren wir mal aus. Oder vielleicht ist das doch nicht so gut. Egal, probieren wir mal aus. Okay, ab hier ist alles noch dunkel und ab hier schön hell. Richtig italisch. Richtig italisch. Richtig italisch. Oh nein, wer ist das? Ist das der Endgegner? Sieht jetzt nicht sehr vertrauenserweckend aus. Kann es sein, dass es der Typ von vorhin war? Oh. Uh-huh. Okay, ich nehme mal ganz stark an, das Spiel ist jetzt geschafft. Er wurde besiegt. Aber ein kurzes Video, Freunde. Aber so schnell kann man das Spiel auch schon schaffen. Hm, scheinbar doch nicht. Ja, da sind aber viele Schiffe auf Grund gelaufen. Das ist, ah, ein Tagesbericht. Was? Was haben wir denn hier? Eine waschechte Wasserratte. Ich wette, dir geht es... Ich bin Lynch. Ich komme aus der Siedlung erstes Licht. Ich wollte die Auswirkungen des Sturms untersuchen, der dein Schiff zerstörte. Nun, trotz der Umstände ist es mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Ah, haben wir ein paar Stiefel. Wir haben einen festen Untersatz hier. Dein Zuhause ist jetzt hier, auf Aeternum. Eine Insel mit typischer Küste und voller verlorener Erinnerungen. Hier ist nichts wie in der alten Welt. Wo du auch herkommst, zurück. Der Tod ist hier etwas Besonderes und sehr wählerisch. Du bist unbeschadet von den Toten auferstanden. Aber deine Mannschaft und die anderen hatten weniger Glück. Sie streifen am Strand als Ertrunkene herum. Für sie wäre es am besten, wenn man sie dahin zurückschickt, wo sie herkommen. Es wäre besser, wenn du das tust. Okay, ich habe jetzt einen Job. Für das Wack zu untersuchen. Aber das sind doch meine alten Kameraden. Wann die nicht alle irgendwie anders noch retten. Hallo, erkennst du mich? Was? bis hin und vor steck der sieht irgendwie tot aus, A doch da vorne ist auch noch einer ein Level aufgestiegen, sehr gut wenn das aufleveln so schnell im rest des spiels geht, dann hat es Spaß oh die sehen aber schon ein bisschen gefährlicher aus im Glück können die nicht schwimmen ich weiß, dass das nicht angenehm war aber es war richtig damit beschützt du auch erstes Licht die Ertrunkenen entfernen sich manchmal ein ganzes Stück vom Strand tut mir sehr leid wo sind nur meine Manieren du frierst wahrscheinlich und bist total erschöpft und halb verhungert nach dieser Tortur tu nicht so du musst lernen hier zu überleben sammle Feuersteine und Holz und fertige dir am Feuer ein Häute-Messer an ok, jetzt müssen wir ackern hier das sieht doch aus wie ein Feuerstein oh so viel war mal mitgenommen rotige Feuersteine und Holz rotige Feuersteine dann sie Okay, und damit machen wir uns ins Beutemesser. Ah, hier ist es. Ah, okay, das nutzt man dann dazu, um wilde Tiere zu holen, die man dann erlegt hat. Okay. Wunderbar. Ach, du hast ein Händchen dafür. Jetzt kannst du dir ein kleines Festmahl zubereiten. Hi. Die Wildschweine hier können sehr wild sein, aber aus ihnen kannst du ein tolles Essen zubereiten. Erlege eines, nimm es aus und dann bereite dir ein paar... Die heißen ja auch Wildschweine. Hm, schon allein beim Gedanken an dieses Steaks läuft mir das Wasser im Munde zusammen. Haha, besser als jeden Tag Schiffsswieback essen zu müssen. Okay, wenn wir diesen Auftrag erledigen, kriegen wir einen Rüstungskoffer. So, woher mal das ist. Jetzt gibt's Wildschwein. Oh, da sehe ich ja schon was im Wald. Oh, das wird ja ganz schön aggressiv hier. Oh, das wird ja ganz schön aggressiv hier. Oh, der heute Prozess dauert ja richtig lange. Oh, das wird ja ganz schön. Da fühlt man sich so ein bisschen wie Obelix, nur ohne Zaubertrank. Da fühlt man sich so ein bisschen wie Obelix. Einfach alles mitnehmen was wir finden, weil diese kleinen Bäumchen hier kann ich nicht füllen. Der eine ist ja schon Level 8. Wie macht er das? Einfach nur Bäume füllen oder was? So aber ich glaube wir haben jetzt genug gesammelt. Ah, ich muss das erstmal kochen. Okay. 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 Bekomme ich auch Hunger. Du kannst dir nun jedenfalls selber Essen zubereiten. Du solltest baldigst der Siedlung erstes Licht einen Besuch abstatten. Aber zuerst wartet hier noch etwas Arbeit auf dich. Ich weiß, mutet seltsam an, nicht wahr? Etwas auf der Insel, dieses blaue Azoth nämlich, holt uns wieder zurück. Es funktioniert aber nicht immer. Manche Leute sind richtig gestorben. Und schlimmer noch, manche wurden zu Verderbten oder Verlorenen. Der Sturm bestand aus Verderbnis. Aber das erklärt natürlich einiges. Böse. Er zerstört jedes Schiff, das sich nähert oder fliehen will. Aber der heutige Sturm war schlimmer als alle zuvor. Dein Schiff war eins von vielen, die zerstört wurden. Wir müssen sie alle überprüfen. Es ist Tradition in erstes Licht, alle Schiffswracks an der Küste zu erfassen. Eine Art Mahnwache. Nun los. Suche nach Überbleibseln, die du mitnehmen kannst. Pass auf, wenn du auf Verderbnis stößt. Halte dich davon fern. So, also jetzt geht es wieder zurück zu den Schiffswracks. Und schauen wir uns da mal um. Ich hoffe, die herkomme ich nicht wieder. Oh, hallo. Hier sowas. Hier sowas. Hm? Habe ich... Irgendwas? hier ist nur eine gute aussicht das tut weh die gehen ja hier alle auf mich los die laufen hier einfach rum ich muss hier was machen guck mal das sieht auch so aus ja diesen schild und schwertwechsel das muss man noch üben das funktioniert eigentlich schon relativ gut hier geht es noch rein gut versteckt oh oh das reicht noch nicht nein du hast mich nicht gesehen es hat funktioniert da geht es ja auch noch weiter ja 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 gut aus Oh, der sieht schon ein bisschen aufgerüstet aus. Hat auch sogar ein Schild, dann mal schnell weg. Die ignorieren mich, so muss das sein. Oh. Das sieht ja auch gut aus, Quartiermeister. 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 Da sind ganz schön viele. Cool. Der hat mich einfach gesaved. Nicht schlecht. So nette Spieler kann man nicht immer erwarten, dass sie einem begegnen. Da hinten ist auch nochmal so eine Flagge. Ja, schon ein paar Spieler jetzt hier im Startgebiet. Jetzt wieder zurück. Jetzt die Lager. Oh. 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 Da steht Verderbnisresistenz. Da nehme ich mal an, wenn ich darauf gehe, wenn meine Resistenz abgelaufen ist, dann zieht es mir vom Leben ab. Oh. 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 Ja, die sehen gut aus. Du hast diesen Schiffen und erstes Licht einen großen Dienst erwiesen. Ich wünschte, wir könnten jetzt zurück in die Siedlung, aber wir dürfen die Wahrheit nicht ignorieren. Mhm. Oh, jetzt habe ich einen Bogen bekommen. Ich komme bei deiner Ankunft, hat den Himmel blutrot gefärbt. Reine Verderbnis, wenn du mich fragst. Viele behaupten die Antwort zu kennen, aber glaube ihnen nicht. Entspringt sie aus der Dunkelheit der eigenen Seele? Oder aus einem Reservoir unter der Insel? Ich weiß nur, dass sie Menschen zu Monstern macht. Jawohl. Und die Verderbnis ist die wahre Bedrohung hier. Jede Spur davon ist eine Plage für unsere Siedlung. Ich fürchte, in der Tidenschluckhöhle halten sich noch Reste davon. Ich frage Neuankömmlinge nur ungern, aber du scheinst zu wissen, was du tust. Zieh dich doch bitte dort um. Nimm dich aber in Acht. Die Verderbnis kann sehr gefährlich sein. Okay. Ab in die Höhle. Böder. Noch mal. Was man hat, hat man. Joa. Ja, eigentlich ist die Insel ja auch ganz hübsch, ne? Wenn diese, ähm, der nicht wehren. Das sieht ja schon einladend aus hier in der Eingang. Hm? Hm? Gibt ja auch irgendwie Schätze. Das sieht doch aus wie verdammt. Die sehen ja auch nicht so freundlich aus. Zum Glück habe ich da noch einen Kumpel. Die haben ja schon die Hälfte der Leben abgezogen. Da geht es auch wieder raus. Ich habe gewusst, dass hier noch was ist. Ja besser wäre es. ja schneller als er es geschafft hat mich zu erreichen ich sehe da sind ein paar interessante waffen mit drin gewesen aber ich rüste mal gleich die waffen um ausprobieren aber später nochmal ja schon eine gute auswahl wir haben diese axt hier aus ok in meinem lebensinn ist auch nicht mehr so viel das war risky muss man auf der karte gucken ich bin jetzt genau auf der anderen seite ich muss nochmal in die hülle aber das gute ist wir haben jetzt die axt oh ja das sieht ja schon ganz gut ab vielleicht sind wir noch was essen oh ok war vielleicht nicht so eine gute idee einfach weg zu rennen ich soll jetzt diesen verderbten kraftplan besiegen steht da oben rechts was ist denn hier wo was ich Der müsste eigentlich gleich wieder spawnen, guck mal die warten schon alle, ah das Die Axt zieht schon was ab Oh So, geschafft Die Wachtmeisterin sollte schleunigst davon erfahren Ja Du hast mehr getan als ich je von dir verlangen könnte Gib Wachtmeisterin Oaks Bescheid Danach solltest du dich ausruhen Du hast es dir verdient Was sind wir denn hier? Oha, also das ist hier die ganze Insel Wir sind gerade Im Osten Da müssen wir hin Vielleicht macht das Sinn, jetzt nochmal zu schauen, was wir uns noch herstellen können Das ist nochmal so was hier wie eine Axt Das machen wir jetzt gut, dann bestimmt die Bäume anpacken Und dann können wir auch schon was machen So, jetzt haben wir ein bisschen aufgerüstet So, jetzt haben wir ein bisschen aufgerüstet Geht zu City Geht zu City Rezo Ja, das vergangene Rezo Video stand ja ganz im Zeichen von Korruption Und dabei hat er gute Rezo verschiedene Themen angeschnitten Es waren ja auch viele ältere Quellen und Artikel dabei, die er da auch zitiert hat Zum Teil auch jahrzehnte alte Skandale, die er ausgepackt hat Wo auch schon Schlüssel gezogen wurden letztlich Jetzt gucken wir mal Ah, es klappt Und da gibt es ja auch was wirklich relevant war Ja, von dem Video im Besonderen Natürlich diese Masken Affäre Und das fand ja auch im letzten Jahr statt Und da gab es ja den Amex-Skandal Da ging es ja um diese Schweizer Firma Amex Ja, die bat die Andrea Tanna Welche unter Mitarbeitern einer PR-Agentur und auch ein Vater hat Welcher in der CSU ist Um Vermittlung, ja, von Masken Dann ging halt diese dann auf die Monika Hohlmeier zu Welche Mitglied des Europäischen Parlaments ist und auch CSU-Mitglied Ja, dabei ist natürlich zu erwähnen Die Andrea Tanna hat für diesen Job zusätzlich Also für diese Vermittlungstätigkeit zusätzlich Ein Honorar von 5-7,5% der Kaufsumme gefordert Ja, und auf Basis dessen hat dann die Frau Hohlmeier Ist dann an das Bundesgesundheitsministerium gegangen Und auch an das Bayerische und Nordrhein-Dasfälische Gesundheitsministerium Welche dann die Masken zu einem sehr, sehr teuren Preis gekauft haben Also unter anderem in Bayern wurden die Masken dann pro Stück wirklich 9,90 Euro bezahlt Also das ist ein extrem hoher Preis, der da drauf gegangen ist insgesamt haben sich die Gesamtkosten auf 683 Millionen belaufen wie Rizio sagt, Rizio hat jetzt auf 700 aufgerundet das ist schon eine ganze Menge und wenn wir überlegen, 7,5 Prozent davon, welche dann die Andrea Tanda als Provision maximal einstreicht, also es wären dann umgerechnet 51 Millionen Euro für eine Person innerhalb einer Firma das ist schon Adatobak also wenn wir überlegen, das sind ja unsere Steuergelder, die dafür bezahlt werden das ist so mein erster Gedanke, das natürlich hat ein Geschmäckle auf jeden Fall ja, warum geht jetzt so ein Gesundheitsministerium nicht direkt auf das Unternehmen zu und bezahlt wirklich dann bei reitwürdig 7,5 Prozent an die Frau Tanda und das haben sich ja auch andere gedacht und in Bayern gab es da auch ein Verfahren in dem Bereich die Staatsanwaltschaft hat dieses Verfahren dann noch eingestellt weil das war ja im März 2020 oh, da ballert jemand auf mich mal gucken irgendwo und dann Pfeil ok, ich mach mal weiter genau, also wo war ich im März 2020 da war ja im Prinzip war das ja sehr, sehr schwierig und einzuschätzen die ganze Situation ja es war relativ aussichtslos ja auch Corona war im Kommen im Vormarsch wir wussten dass es tödlich ist und da musste ja irgendwoher natürlich das Geld herkommen es geht sprich um Leben und Tod und da hat dann auch die Staatsanwaltschaft deswegen richtigerweise das Verfahren eingestellt und auch gesagt dass diese Maskenbeschaffung in Angesichts dieser Situation nachvollziehbar ist was nicht nachvollziehbar ist es gab ja noch zwei andere Fälle in dieser Maskenaffäre nämlich die beiden Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein und Nikolas Löbel die haben ihre Mandate und auch ihre politische Rolle ausgenutzt um Masken zwischen Unternehmen zu vermitteln und haben dabei bei dieser Vermittlungstätigkeit im Namen ihres Mandats auch eine heftige Summe eingestrichen also zum Beispiel jetzt der Herr Nüßlein 660.000 Euro das ist sehr sehr viel Geld dafür dass er sich da eigentlich ja ein bisschen zu sehr aus seiner Rolle hinausgedehnt hat und das ist natürlich auch eine Art von Bestechung also Bundestagsabgeordnete Politiker dürfen nicht bestechlich sein das geht einfach nicht und beide Leute der Nüßlein und auch der Löbel beide sind zum Glück aus der Partei ausgeflogen aus der Union sowas darf auch nie wieder passieren und auf Basis dessen gab es ja auch in diesem Jahr gute Gespräche um solche Fälle von Selbstbereicherung und auch Bestechlichkeit einzugrenzen und unter Strafe zu stellen dazu gab es dann auch oder wirklich einen Zehn-Punkte-Plan evaluiert von der Union zusammen auch mit der SPD und der ging dann auch im Frühjahr aus der hat dann auch die Zustimmung gefunden im Bundestag und da geht es unter anderem darum dass Lobby-Nebenjobs schlichtweg einfach verboten sind für Politiker vorher war das noch nicht der Fall der Nebenverdienst soll transparenter werden das war auch eine Zielsetzung und auch Strafen bei Bestechlichkeit sollten verschärft werden und sowas würde ja auch direkt beim Herrn Nüßlein und auch beim Herrn Nöbel zutreffen in dem Fall was mir auch besonders gefällt dass da das Lobby-Register-Gesetz verabschiedet wurde im Frühjahr das heißt wir haben ein Lobby-Register welches den Einfluss von Lobbyisten bei einzelnen Abgeordneten im Bundestag transparent aufzeigt ja und wirklich das kann jeder einsehen das finde ich ist schon mal ein riesiger Fortschritt und ja das ist zwingend nötig um da auch wirklich Vertrauen zu schaffen nach so einer Situation ich glaube jetzt haben wir ganz gut Holz gehackt ich gucke mal auf der Map gehen wir mal zur City genau also was ich halt grundsätzlich beim Rezo ganz toll finde genau jetzt auch in Richtung Maskenaffäre erarbeitet sich schnell und gerne in solche Themen ein er betreibt auch Aufklärung und regt einen freien Diskurs an ich denke dass er mit seiner kritischen Haltung auch echt ein Vorbild darstellt für andere Journalisten und es auch für viele andere Journalisten auch sein sollte so jetzt jetzt das ist ich glaube jetzt ein paar Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.